Eisen. Eisen geht momentan nach oben, füttert die ganzen Maschinen hier. Füttert Stahl. Wir haben euch nicht begrenzt, das ist nicht gut. Begrenzen. Begrenzen. Ihr futtert uns gerade die ganzen Eisenplatten weg. So. Will ich wieder Rohre haben? So ein Stack voll hätte ich schon immer ganz gerne. Von den Dingern. Und der Überschuss kommt da wieder zurück. So. Und ich habe schon 400 Stahlbarren dabei. Die könnten echt aufhören langsam. Ihr seid voll. Okay, euch können wir ersetzen durch größere. Wie schaut es mit Tränken aus? Haben wir endlich grüne... Was? Moment mal, du brauchst hellblaue Tränke. Wir haben noch keine hellblauen Tränke automatisiert. Das könnte dann schwierig zu forschen werden, hm? Bau mal bitte das da. Das heißt, die hellblauen Tränke, die hier drin sind, die hatte ich hergestellt. Das ist nicht gut. Hör auf damit. Ja, wir brauchen hellblaue Tränke. Also, ich hoffe, das Stromproblem hält sich jetzt einigermaßen und wir knabbern an diesem 80% Auslastung. Das heißt, ich werde mich jetzt als nächstes darauf konzentrieren, hier die Anlage zu bauen für die hellblauen Tränke. Und ich gucke kurz, was hier das Problem ist. Weil eigentlich haben wir so viele Maschinen, dass wir eigentlich genug Strom haben müssen. Ach du, hier unten ist noch gar nicht angeschlossen, ne? Aha, okay, das erklärt es natürlich. Dann bau bitte. Da, da, da. Jetzt haben die noch weniger Wasser, oder? Nö. Wasser ist okay. Äh. Okay, Vable Performance, die können jetzt 100% live liefern. Das Wasser staut sich da auch, also ist alles okay. Und ja, sehr gut. 30% oder was? Sauber, sauber, sauber. So muss das sein. Haben wir wenigstens ein Boiler MK3? Bauen wir mal ein Boiler MK3 da vorne ran. So. Damit die hier auch 100% liefern können. Die da müssen gar nicht liefern, weil die arbeiten gar nicht richtig. Okay. Das heißt, die restlichen Boiler lassen wir auch. Wollen wir eine tolle Pumpe noch da hinten hinsetzen? Ich gucke mal ganz kurz, wie das Ding hinterherkommt. Wir können ja theoretisch auch dreckiges Wasser vorher. Oh stimmt, das habe ich völlig vergessen. Ich kann jetzt hier nicht wieder durch. Ähm. Ich könnte das dreckige Wasser ja auch vorher in eine, in einen Tank tun. Ich denke, das sollten wir sogar. Mach mal. Kapp mal die Wasserverbindung. Was eine super Idee ist, damit, ne? Die anderen alle keinen Strom haben. Und dann... Mach das weg. Kann man den Tank direkt da ranpappen. So müsste er direkt dran sein. Und dann machst du bitte hier eine Pumpe und da eine Pumpe. Das Ganze machst du mit tollen Rohren, die wir nicht mehr haben. So, das heißt, hier staut sich jetzt hoffentlich dreckiges Wasser. Ja, tut es. Mit zwei stinknormalen Pumpen. Und du hast jetzt durchgehend Wasser und hast nicht diese Schübe zwischendrin. Die haben ja auch zu Irritationen geführt in der letzten Welt. Und Sand sammelt sich sehr schön. Ja, okay. Ich denke, das ist eine schöne Sache gewesen. Das heißt, wir gehen jetzt auf die blauen Tränke. Die wir auch selber zwischendurch herstellen. Wir brauchen dafür eine rote Chipfabrik. Das heißt, wir brauchen Plastik. Wir müssen jetzt also Plastik nach oben bringen. Von hier. Oder ich könnte alles von Hand liefern. Aber Hand liefern, das sage ich immer so einfach. Ja, das bringe ich dann halt alle paar Folgen mal dahin. Aber das vergesse ich dann hundertprozentig. Das klappt so also nicht wirklich. Aber wir haben jetzt hier diesen schönen... Wir haben hier irgendwo diesen schönen Durchgang, wo ich sogar hinkomme. Okay. Also wir könnten das von hier aus wegliefern lassen. Nach da. Wird Plastik hier gebraucht? Hier unten. Dann werden rote Chips hier unten gebraucht. Nö, die einzigen Fabriken, die wir hier unten haben, waren für die roten Engines. Weil die Lubricant brauchen. Und theoretisch hätte ich eigentlich ganz gerne eine private rote Chipfabrik hier. Die dann später mit Robotern mich befüllt. Aber, ne, das ist nicht ganz so wichtig. Okay. Das heißt, wir bauen das Ding jetzt so um, dass wir hier... ...noch ein Fließband langlaufen lassen. Und da kommt dann Plastik drauf. Haben wir noch irgendein Produkt, was von hier weggeliefert werden müsste, das wir oben brauchen? Rote Engines zum Beispiel. Aber die brauchen wir eigentlich nur für Skynet, ne? Genau, du brauchst Plastik, grünen Chips und Kopper. Grünen Chips werden oben hergestellt, Kopper wird oben hergestellt. Plastik noch nicht. Ja. Und du brauchst Batterien. Hm, Batterien. Batterien müssten wir dann auch da hin liefern. Ha, 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 ha. Okay. Ich würde das gerne beides auf einem Fließband machen. Also ist die Idee hier gestorben. So, lass mich hier irgendwo durch. Irgendwo lass mich hier durch, da. Okay, also sie werden dann von hierhin gebracht und bei den Batterien vorbei. Hier, ja, hier wahrscheinlich, so. dann kommt hier ein unterirdisches ding ist wieder falsch rum sitzt ist klar danach du gibst mir all dein plastik dann gehst du weg dann legst du das auf das belt hier auf die linke seite davon läuft hier hoch läuft hier hoch gibt es mir alle dann batterien legt das da drauf und das können wir sogar genau so dran vorbei laufen lassen dann setzt es die batterien auf die rechte seite wenn sie dann fertig sind so recht ewig bis ich fertig seid aber gut also batterien und plastik kommt dann von hier und muss dann irgendwo dahinten den draht müssen wir auch noch von da nach da bringen und die körperplatten auch die grünen chips grünen chips können wir uns von hier klauen aber den draht müssen noch da bringen an die kuppe wollte nach da ziehen ja okay also der gero grund der vergangenheit hat mir zwar ein paar lästige aufgaben überlassen aber er hat sich auch gedanken macht viel zukunft und das finde ich super also hier hier kommt das kupfer an das heißt wir können hier gleich die kupferplatten zu kupferdraht verarbeiten aufbau die hellblauen tränke muss nichts verbunden ist komisch die hellblauen tränke fabriken kommen wahrscheinlich hier hin das heißt die hellblauen und grüne ärmchen produktion kommt hierhin den wach sollten sie echt immer beheben ist ein bisschen lästig genau also hellblaue ärmchen grüne ärmchen rote chips ja also die ich denke ich mache die roten chips hier hellblaue tränke hier und hier das heißt plastik und batterien kommen von hier nach oben plastik wird hier weggenommen für die roten chips und batterien werden hier oben weggenommen für die grünen ärmchen ja ok mal gucken ich mag das ja mit dem system hier oben zu basteln auch wenn es nicht so super toll ist ist mal was an der riss wo ist meine pufferkiste für die spender da ja damit einfach alle inventar voll ja das machen wir gleich fabrik du bist die rot chip fabrik du bist eine ärmchen fabrik das heißt die kann ich schon mal 100 davon in die hand drücken das ist gut dass da auch noch habe ich mir platz im inventar das und ich brauchte noch mehr normale für war ich wollte schon sagen wir haben neun gelbe fabriken und nutzen sie nicht aber nein das ist alles die luftgeschichte für die lava sache bau bitte drei blaue fabriken brauchen zwar mehr aber das ist ein anfang und setzt die bäume damit sie umweltverschmutzung schlucken ich denke mal hier wird ja nichts mehr hinkommen von diesem forschungs angriff angriff rechts kein turm schießt kein turm schießt ist wenig sehr wenig ich habe nur eine schroth flinte habe ich lasertürme zum setzen nein baulasertürme zum setzen die mauer werde mich immer noch angriffen habe ich da keine verdammten lasertürme eingesetzt nein habe ich nicht schneller 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 dann geht es schließt die mauer schneller die türme ja 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 wozu das steht auf mauer das war sehr komisch doppelmauer instant doppelmauer so lasertürme mehr lasertürme aber es war nur also das kleine rote habe ich nicht darauf geachtet wie die hießen aber es könnten die feindlichen hunde gewesen sein kann man hier was aufheben ja da ist was small weiter kann ich nicht aufheben weil inventar voll ich habe doch hier eine quickslot frei äh so glaube ich habe ihn jetzt wie siehst du aus da zwei small weiter also ja der feind ist noch in einer sehr frühen phase hätte ich nicht gedacht ich dachte er wäre mindestens schon beim medium oder beim großen beißer aber umso besser das heißt ich müsste jetzt mein inventar aus und dann konzentriere ich mich wieder darauf lasertürme zu bauen wobei der feind von osten kommt das war jetzt recht unerwartet ich hätte echt gedacht dass die riesenbasis da irgendwann mal sagt nö ich habe keine lust mehr zu schnüffeln ich mache den dann mal kaputt das wäre so eher meine reaktion gewesen die ich erwartet hätte hier ähm ich brauche die ärzte nicht ich brauche so viel plastik nicht brauche kein ein stangending brauche die pumpen nicht das alles nicht forge und so weiter brauche ich auch nicht alte strommasten brauche ich nicht lenville brauche ich gerade nicht burning trails brauche ich nicht so rest ist okay du nimm ich brauche mehr blaue trinke dafür brauche ich eisen okay das eisenerz reicht immer noch nicht es wird nie reichen das ist ja seid ihr wenigstens fertig mit dem stahl jetzt nein begrenzt es bitte auf ein stack das ist viel zu viel zu viel so ich helfe mal ein bisschen nach das heißt alles eisen was jetzt hier oben ankommt sollte sich auch endlich da hinten staunen was bist du ach so du bist eine kaputte mauer damit ich dich nicht immer in der tat kenne oder war was äh die fabriken sind fertig ja wir müssen uns beeilen hier die forschung ist sehr wichtig so also du stellst her blaue ärmchen dafür brauchst du gelbe ärmchen die kriegen wir gleich du brauchst eisen werden wir dran arbeiten warum haben wir da zwei reihen kupfer und dann äh nimm 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 ja das ist nicht gut ich hätte gerne dass das kupfer nur auf einer fließbandreihe ist und das eisen auf der anderen ja also ihr wisst was ich meine denke ich genauso wie es jetzt ist auf der rechten Seite hätte ich gerne kupfer und auf der linken hätte ich gerne eisen ich weiß nur noch nicht wie ich das am besten aber doch ich setze jetzt einfach hier ins blitter hin so dann mache ich hier ein untergrund ding da ein untergrund ding und so ja ja scheint zu klappen ok so das heißt hier habt ihr euer doofes eisen und kupfer gedöns das heißt hier habt ihr ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020